alles gute und viel spaß bei ciao so miki also wir gehen nach hinten gehen dahin maxi ich habe gerade gegen alle gegen sumo und also sumo play und henry mag dich experts auf timoya habe ich mal gemacht sumo kam ja gar nicht an mich ran hast du gesehen und henry gibt ganz gute hits also von dem müssen wir aufpassen leo mag dich gibt auch ganz okay von den anderen habe ich nichts gehört maxi kennst du ja die medien die medien ja moin gott bin ich halt halt hyper hyper okay miki auch wenn du muted bist wir reißen das gay alter hast wenigstens optifiler unterklaren 188 ja klar richtig richtig los ja natürlich meine nummer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 noch mann wieso gibt es zu dem overwatch aus meine maus ist so stehen oh gott aber nicht in die mitte nicht in die mitte erst dahinten hin wir müssen aufpassen warte mal wollen wir wir haben das problem keksi und chili kenne ich nicht kompetenz finja lol online hat noch kein mate wir haben das problem dass da der see ist warum durch den see oder wollen wir daran vorbei weil es ist instant schaden wenn wir da lang gehen haben die anderen eher holz als wir ja da darum haben wir als erstes bali als gegner da ist aber fluss also daran ist nur fluss geradeaus also daran 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 okay da ist aber auch ein bisschen fluss aber nicht viel da lang okay maxi mag dich ist neben uns ach du dicke ficke scheiße alter maxi fliegt nochmal rum und dann geht es gleich los 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 nimmst du auch auf zumindest als gameplay oder also ich nehme das wahrscheinlich auf ich nehme wahrscheinlich jede folge auf also die fights sollen wir wenn wir können halt aufnehmen falls hack verdacht bevor vorliegt hacks außerhalb des kastens wann geht es los also ich sollte mal die junk laden wieder runter stellen 32 könnte zu lex für will mit maxi der hat drei muskacken spaß alter unser unser team dabei geht sogar noch voll klar bei alles alle haben hashtag davor außer logan und flühen wo noch nicht aber ansonsten einmal ein hashtag davor Hashtag Mäusekot Jo, Mechels Team Figi Figi Sauta Ja Moin Aber es scheint schon mal gut gemacht zu sein Äh, sind deine Freunde schon bei dir oder ist dein Freund schon bei dir? Dann auch noch, euch beiden, viel Glück und viel Spaß Danke auch so Ja, ich bin Spectator, ich bin dafür da, um zu schauen, dass keiner hackt Ah, uff, das wird schwer bei mir Nein, Spaß Warte, ich guck gleich nochmal wieder MC, restart incoming Ja, mal eben schnell die ganzen Hacks wieder ausstehen Ah, fuck, ey Oh, es geht los in 30 Sekunden Eieieiei Oh mein Gott Hyped Hyped Ich bin schneller als die Sekunden Oh Hahahaha Disconnect spam Hahahaha Okay Nicht vorher abbauen, wir können nicht vorher abbauen Ich bin nicht vorher Ich bin nie Ich bin nicht vorher Ich bin ein Haar Stimmt Ich bin nicht vorher Ich hab mit dem Block getroppt du Lappen Okay, ich nehm Zuckerrohr schonmal mit Wir können hier rüber Oh man, die ersten haben schon Holz Die rennen rechts den See runter Ich hab ein Schwert, ich hab ein Schwert, ich hab ein Schwert Ich hab ein Schwein gekillt, warte Äh, nicht sprinten, nicht vier Sprinten Wo bist du, wo bist du Micky? Da, okay Kill die Schweine, kill die Schweine, wir brauchen das Fleisch Denkt dran, keine Regeneration, ne? Also, ja doch, Regeneration schon, aber jetzt halt nicht mehr Okay Mir fehlen schon vier Hungerbalken Okay, wie es aussieht, haben wir hier erstmal keine Gegner Wo lang, wo lang Wir gehen sofort auf Höhle, oder? Dass wir schon mal Steinschwert haben und so Kick, 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 kick Leo, mag dich Wurde von Maxi, mag dich Oh, Maxi rasiert schon Äh, wo lang, wo lang Ja, ja, komm mal Ja, ja, komm mal Ja, 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 komm mal Jawoll, Micky Komm runter, komm runter Als ob Vogel auch dabei ist Oh mein Gott Äh Ich kümmer noch das Schwein hier Oh, Maxi ist schon, äh, am Farmen, Maxi ist schon am Farmen Sind die Gegner Sind da Gegner, Micky? Okay, okay, okay Ja, ja, wir müssen jetzt in ne Höhle, wir müssen jetzt in ne Höhle Da hinten ist noch ein Schwein, lass ein bisschen tiefer in den Wald gehen Hier, ich höre hier Lava, pass auf Ich weiß nicht wo Wo bist du? Micky Wo holst du Essen? Oh, Micky, wir haben uns hier jetzt aufs jetzt schon verloren Hab dich, hab dich, hab dich Okay, hier, hier So, nice, nice Ich hole noch mal da hinten die Schweine Wir scheinen hier aber erstmal alleine zu sein Ist halt stark, dass Maxi sofort zwei rausgehauen hat Ah! Okay Wir müssen jetzt langsam runter, ne? Sonst Ja, 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 ja Ja, wir müssen runter Sonst haben wir gar keinen Stein Ja, nein, sind wir jetzt schon Stein Maxi zum Beispiel hat schon, äh, stein Wo, 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 wo wollen wir runter? Warte, ich hole noch das Schwein hier, jedes Fleisch kann wichtig sein Wo sollen wir runter, wo sollen wir runter? Warte, lass hier so unterbäumen, unterbäumen Hier Wir graben uns hier einfach selber runter Hast du ne Picke? Warte, ich mach schnell eine Pass du auf, bau die Werkbank schon mal wieder ab Okay Ja, 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 hier Ja, sorry Wir haben über uns direkt einen Baum, falls wir Holz brauchen nochmal Okay Äh, Werkbank, Werkbank Okay, äh, Stein Ein gutes Holzschwert muss jetzt dran glauben Ich hab ein Steinschwert, hier hast du schon mal Bruchstein? Hier Ich glaub, Friendly Fire ist an, oder? Ja Okay Okay What? Oh, ah, ja, okay Ich hör Lava, ich hör Lava, pass auf Okay Rechts von uns, rechts von uns Also rechts von mir Ja, ich komm der Lava näher Ich bin auch für, äh, äh, 36 Fuß zu Ich bin auch für, äh, äh, 36 Fuß zu Ich glaube, ich bin an dem Lava-See vorbei Äh, Höhe Ich hab Eisen, ich hab Eisen, ich hab Eisen Ich hab Eisen Und das war mein WLAN-Stick, der runtergefallen ist Nice Okay, meine Picke ist jetzt down Nochmal Eisen, naja, ich kann's aber nicht abbauen, weil meine Picke down ist Nice, das ist für den Ofen saugut Probier'st Pfff Äh, ja, wenn, wenn du mal hochkommen, äh, würde es dann, könnte ich hier, hier Äh, in der Kiste liegt da was Der Vogel ist auch gut, naja, da müssen wir aufpassen Ich weiß es nicht, ernsthaft nicht Ah, ne kleine Höhle mit Wasser Hier können wir eine Farm aufmachen für Essen, also für, äh, Dingens, äh, Weizen und so Oh, du hast also wirklich mal Waro geschaut, mate War ja auch geil So, äh, die Kohle ist abgebaut, un dem See herum ist so eine, äh, 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 ja, nice in der kiste ist eisende musst du aufpassen acht minuten haben wir noch mehr also neuen besser gesagt ach so wollten wir wollen das machen wollen wir immer später wenn wir verzaubern würden wollen wir dann noch mal auf schärfe 1 und schutz 1 verzaubern und dann mal mit ambos weitermachen wer am schlausten dann brauchen wir nicht immer erst 30 wobei ja die bücher wenn wir nachher bücher haben dann auf level 30 auch mal verzaubern auf level 30 sparen und dann ja ja nee den dem machen wir auf keinen fall ok leist drei öfen ich habe hier noch mal 25 kohle ich gehe jetzt noch mal ganz unten gucken bei mir ob da noch heißen ist hier danke okay keine ahnung haha weil ein mister warum 0 steht vielleicht wird dabei irgendwas ausgelost oder so keine ahnung weiß man ja nicht ich habe noch mal acht eisen ich kann sagen mal hoch gesprintet da eisen liegt in der linken in der ganzen linken in den ganzen linken rufen so du weißt dass du jetzt hier kein tolles print mehr als falls das vorher hat das ne also ich habe zum beispiel sprinten auf die seiten tasten meiner maus gelegt dass ich dauerhaft sprinten könnte im kampf ja ja okay ja ich hatte tolles print weil jetzt gerade ungewohnt habe ich mich ein bisschen ein pvp mit der taste aber ich glaube ich spiele sogar ohne lady mod weiter erst mal ich finde das mega angenehm und lady mod gerade irgendwie ich bin gleich schon noch für 12 12 und 11 so die die erhöhen da also dann könnten wir da schon mal so die striche ziehen hier ist glaube ich redstone ja hier ist redstone ich bin jetzt auf höhe 11 da bleibe ich mal sozusagen alles abbauen was geht oder wegen level du kannst jetzt aber runter dann übernimmt nicht erst mal da oben mit dem ganzen schick braten daran brauchst du nicht die ganze zeit bleiben 8 eisen noch mal mit zehn eisen wir gehen erst mal auf zwei chest plates oder fände ich persönlich am schlauesten ja kohle ist gut kohle ist auch gut soll ich auch runter und die base hier oben alleine lassen ich meine wir sneaken ja eh weiter unten gleich am ende würde ich sagen gehen wir noch mal hoch schnell soll ich schon mal eine eisenblicke mitnehmen weil ich da unten ja schon redstone habe wie ich gerade habe ich nicht ich habe keinen bock dieses projekt zu verlieren okay es ist jetzt habe ich auch das ich hab mal so die umgebung geschaut aber hier ist hier scheinen echt keine namen zu sein als wenn dann ich sehe nur deinen namen jetzt dann baue ich mal ab in der nähe können ja die aus wieder kohle redstone kohle kohle sind immer so riesig das ist so abfang man könnte die halbieren und dann immer zwei kohle trocken viel angenehmer ich habe hier in der nähe in lavasee wenn wir beide chest plates haben oder zu oder voll iron halt sind würde ich sagen dass wir uns auch sofort wasser einmal aus dem see da oben bei uns nehmen den habe ich ja da frei gelegt für diese lavaseen dass wir da nicht in brand aufgehen naja ja ja genau ich hab kein wasser ich will sterben ja ich bin tot wo wir gerade von lavasee sprechen da habe ich eine höhle inklusive lavasee da ist richtig viel eisen an der dinge keine monster in der nähe wie es aussieht ficken halt da finden ja halt ich bin dieses speed uhc gewöhnt wo diamanten auf allen höhen zu finden ist alter da klebt nichts mehr an der decke die erst jetzt ist oh ja zwei blöcke aber nur ist egal zwei der blöcke zwei die erstens verlieren auch das ja 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 ist da und dass sie schon ja 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 Ich geh jetzt hoch bei 50 Sekunden, mein Weg ist zu lang. Oh, dann ist die erste Runde, Charo, auch schon beendet. Oh mein Gott, Alter. Ja, kommst du nicht mehr hoch, oder was? Ja, ja, okay, dann baue ich einen. Ich hab noch Eisen in die Truhe gelegt. Okay. Oh mein Gott, Miki. Um Gottes Willen. Nice. Ja, das war's. Erste Folge. Ich muss es erstmal kurz raustappen.